Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Präsidentin, erlauben Sie mir, dass ich auch die Besucher und Besucherinnen begrüße, vor allen Dingen eine kleine Gruppe aus Baderborn, die heute bei meiner ersten Rede mit dabei sein möchte. Momentan befinden wir uns in politisch schwierigen Zeiten. Zum einen werden rechte politische Ideologien in der westlichen Welt stärker. Der amerikanische Wahlausgang mit dem überraschenden Sieg von Trump hat uns gezeigt, dass populistische Strömungen von einer breiten Masse der Bevölkerung gehört werden. Zum anderen erreichen uns täglich neue Schreckensmeldungen aus den Krisengebieten des Nahen Ostens, aus Afrika und der Sub-Sahara. Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend, aufgebrochen in der Hoffnung auf ein sicheres Leben in Europa, ertrinken auf der Überfahrt im Mittelmeer, von geldjährigen Schleppern in den sicheren Tod geschickt. Die Zivilbevölkerung in Aleppo, das haben wir heute schon des Öfteren gehört, die pausenlos von syrischen Regierungstruppen und ihren russischen Helfern bombardiert, erleidet Unvorstellbares. Die Menschen dort sind abgeschnitten von der Außenwelt und verhungern unter den Augen der scheinbar machtlosen Welt. Ich weiß, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen in diesen kurzen Beschreibungen des Elends und der Not nichts Neues. Aber wir müssen uns die Ursachen für die Flucht und das Elend von Millionen Menschen eben auch immer wieder in Erinnerung rufen. Wir müssen und wir wollen helfen. Bei allen Herausforderungen und Krisen dürfen wir dabei aber unsere eigenen Werte und Prinzipien nicht vergessen. Denn nur als geeintes und dadurch auch im Handeln einiges Europa sind wir stark, um Hilfe leisten zu können. So ist es unerlässlich, die Beziehungen zu unseren engsten Verbündeten zu stärken. Genauso wichtig ist es aber, in Krisengebieten durch weitsichtige Diplomatie und durch Unterstützung diverser Hilfsorganisationen die Lage für die Bevölkerung zu verbessern und auf einen wie auch immer gearteten und noch immer nicht wirklich greifbaren Frieden hinzuarbeiten. Denn nur, meine Damen und Herren, als wirklich allerletzte Option dürfen wir Europäer uns tiefer in einen militärischen Konflikt hineinziehen lassen. Gemeinsam mit der Europäischen Union ist es deshalb nötiger denn je, einen umfassenden Plan weiter zur Entwicklung möglichst effektiv unsere Hilfen in Krisengebieten zu platzieren. Seit 2015 kamen fast 1,5 Millionen Flüchtlinge allein nach Deutschland. Die Zahlen der ankommenden Schutzsuchenden für dieses Jahr konnten durch gezielte Maßnahmen verringert werden. Ein Beispiel dafür ist das Abkommen der EU mit der Türkei. Dieses Abkommen ist wichtig. Jedoch fordert uns dieses gleichzeitig dazu auf, in politisch instabilen Zeiten der Türkei mit ihrem Präsidenten Erdogan unter Unsicherheit über das Weiterbestehen des abgeschlossenen Abkommens zukünftig die Rücknahmeabkommen mit den nordafrikanischen Staaten und im Speziellen auch, wir haben es vorhin schon gehört, Ägypten zu forcieren. Die Europäische Kommission arbeitet genau an diesem Abkommen. Denn dies führt dazu, dass Menschenleben gerettet werden können, wenngleich es die Fluchtursache selbst ansatzweise nicht berührt. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns deshalb nicht nur auf die diplomatische Kunst verlassen. Vielmehr müssen wir dort, wo noch oder schon wieder Frieden herrscht, Aufbauhilfen durch Investitionen vor Ort leisten. Eine Möglichkeit der nachhaltigen Investitionen ist die Gründung von Wissenschaftspatenschaften in Transformationsländern wie beispielsweise in Nordafrika und dem Nahen Osten. Dadurch öffnen wir den Menschen in den Heimatregionen oder zumindest heimatnah endlich Hoffnung und fördern gezielt den Aufbau von wirtschaftlichen Strukturen im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Stabilität in Krisenregionen können wir nicht alleine schaffen. Nur ein geeintes, starkes Europa ist dazu in der Lage. Ein weiteres Beispiel für den gezielten Einsatz von Investitionsmitteln ist der momentan diskutierte Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung. Der Europäische Rat beabsichtigt mit diesem Fonds Anreize für private Investitionen in Afrika und den südlichen sowie östlichen Nachbarschaften zu schaffen. Ein wichtiges Signal werden wir durch unsere Präsidentschaft im Rahmen der G20-Mitgliedschaft ab Juli 2017 setzen. Im Fokus steht nämlich die Afrika-Initiativen und die damit verbundenen Verbesserungen der Bedingungen für Investitionen in Afrika. Auch für den Schutz der europäischen Außengrenzen, hier nenne ich das Stittwort Frontex, wird im kommenden Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen. Erst Ende letzter Woche in Brüssel getroffene Einigung zum EU-Gemeinschaftshaushalt für 2017 sieht vor, die Mittel für den Budgetbereich Sicherheit um 25 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu erhöhen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Bei all den Krisen und Herausforderungen, die uns die kommende Zeit bringen wird, dürfen wir nicht vergessen, dass Herausforderungen auch immer Chancen sind. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass wir die Chancen in all den politischen, turbulenten Zeiten genutzt haben und gestärkt daraus hervorgegangen sind. In diesem Sinne ist wichtig, dass wir unseren Blick auf unsere europäischen, auf unsere Stärken legen. Das ist das Bestreben nach Frieden, Freiheit und Zusammengehörigkeit. Lassen Sie mich zum Schluss noch Ihnen, Herr Dr. Steinmeier, auf Ihrem Weg aus dem alten Amt in das neue Amt alles Gute wünschen auf Ihrem Weg dorthin. Und ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren wirklich in dem Bereich jetzt alle mal ruhig. Es kam ja auch keiner mehr. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Karl-Heinz Wange.